Farbrausch ist heute das Stichwort. Eine Batterie von Röder Feuerwerk aus der Power Edition. Zweifarbige Pionium Bouquets, Rot-Blau und Lemon-Pour. Also hört sich mit einer Multi-Color Batterie an? Freue ich mich drauf, weil ich stehe auf diesen Effekt, Multi-Color, saugeil. Kaliber 20 mm, 104 g NEM, sowie auch die Blutlust, 16 Schuss, 35 m Steighöhe und 20 Sekunden brennender Rauer. Hier hinten können wir schon mal leicht erahnen, wie es aussieht. Ich weiß, die Bilder hauen meist nicht hin, aber egal. Ja, gehen wir raus und zünden einfach mal das Teil. Gucken wir mal, ob wir einen Farbrausch kriegen. Doch, Zalega war gut. Das ist halt eine 16 Schuss, kleine Low-Budget-Cake und abwechselnd bunte Sterne, ne? Jute Ding.